So hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge und damit schon so gut wie ein Jubiläum eigentlich und Dominik ist natürlich mit dabei, hallo! 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 Was für mein erstes Video habe ich glaube gesagt, dass ich hauptsächlich alleine bin auf Skyblock, aber eigentlich, eine will nicht wirklich. Wenn du nicht da war, war Freddy da, ich war glaube nur die ersten paar alleine. Ja. Okay. Und jetzt? Was ist Haus? Achso, warte mal, wie sie sein. Im Haus aus. Ja, die Fläche kannst du ja fast, guck mal hier oben ist ein Baum gewachsen. Die Fläche kannst du ja fast fertig bauen, oder? Ja. Aber ich denke mal, die schaffe ich jetzt fertig, weil ich habe hier noch 24 Holz. Und dann noch 20 so präden. Super. Jo. Und gerne den Baum um, hast du es gesehen, oder? Zwei Bäume sogar. Oh gut. Suchi. Jo. Und wie fandet ihr die so, die 20 Parts jetzt, obwohl ja eigentlich erst 19, aber wie fandet ihr die so, also von mir so aufgenommen, die waren schon gut, oder? Ja. Auf jeden Fall. Du meinst natürlich mit ihr, meinst mich, oder? Ja. Ja. Ja mal. Äh, Alter. Ich hasse es eigentlich nicht. Rennen kann. Äpfel. das ist schon scheiße so ich kann dann neue pflanzen neue äpfel pflanzen okay ich will darüber rennen du willst darüber rennen okay ich habe keine ahnung was du machst ich bin im netter okay aus der plattform ja ich habe glaube auch noch voll viel stein gemacht wahrscheinlich in der kiste drin ja ich habe fast drei stecks mitgenommen einfach ja okay dann passt ja jetzt ist die plattform hier oben gleich werde ich denke wenn ich was ausbauen ja bitte haben wir wieder kein Holz äh wir können also sollen wir die Wände machen aus dem Buchenholz ein Bild und brauchen wir noch ein paar Folgen dafür er um ein paar viele so ich bin fertig also soll man es so machen ich will gar nicht können wir noch entscheiden nee du musst entscheiden du bist ja der Hausdesigner ach so ich bin irgendwie gerade gar nicht müde keine Ahnung wie es los ist aber ähm meine Hände und Füße die sind voll am Arsch und wie mein rechter Fuß auch rechte ja nur noch recht das kohle ich weiß übrigens noch ein bisschen Knochenmel mit des Netter und kannst du noch ein paar Pilsen von mir aus dann wird mal rein ich komme gerade ja komm mal rein mit überkommen ich komme ich komme ich komme ich komme ich habe auch viel Zeug dabei guck mal da sind kommen hallo 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 er eingestarkt war ja nicht mehr mehr die die diesen agro gell das sind zu viele die machen wir jetzt hat solche dinge reinschicken dann schneemann da war er macht ihn auch keinen schaden die bäume wachsen voll gut die löser geleckt erst nicht echt die wird einfach mal tausend schwerte damit immer kam rein mit uns warte wegen zeit wo auch auf die das war leider nachdem er den Boden drin ach ich habe ihn wieder ins Werder geschickt aber jetzt müssen wir jeden Dinge im Ding Nugget aufbewahren und gehen durch die Nacht der reichere Leben wir sind da jetzt noch 2 ja gut ich hab sie mal durchs Portal geschafft wir haben über die Aussperren drüber geschlagen ach ich gehe einfach rein irgendein Schwerst kriege ich doch dann zu oder er lasse mich vor dir einig dass du es kriegst hier war gerade auch einer juli hier haben wir schon zwei Schwerter ich lege mal an die Treppe er will ich gleich noch mal sterben da ist einer da ist einer Portal haben getötet ja ich habe leider kein johann Schwerter ich habe hier eine Prozent Spitzhacke ist mehr da ist noch mal ein Pigment ja wie sollen wir das machen damit wir nicht herlocken können aber warte ich weil ich habe zugemacht ja mal soll ich auch machen ja ich habe einen Zaun-Tor okay jetzt kommt er zu der Agro nein es lebt jahre naja wir haben ja so viele Zaun-Tor und nehmen mal eins mit ich weiß Challenge Zaun-Tor 20 Stück auch jeder Mensch ich hab nur mit meiner Hand rumgemetzelt ich habe kein Leben halte da kommen denn die Weltjahre ich hab nicht mal schwer ich habe ein Zudem ich habe ein Zudem ich habe mich an ich habe nichts getan Alter wer ich hatte noch kein Schwert haben getötet er hat ein Schwert vor ich habe schon wieder das schon aggroß nicht warte lassen wir machen jetzt war dazu ja deswegen haben wir ja ich wissen wir einfach abwechselnd schlagen und wir machen jetzt einfach auch eine Mauer hin, damit er nicht seitlich runterfällt. Dim, guck mal, wenn ich ihn schlag, dann kann ich hier durchlaufen, dann ist er auf mich aggro. Dann kannst du ihn schlagen und weggehen, dann schlag ich ihn wieder. Ja, egal. Ich muss vielleicht für 10 Minuten oder so weg, leider. Okay. Warte, wir nehmen gerade schon 8 Minuten auf, also wenn ich ungefähr komme, dann ist halt die Folge zu Ende ungefähr. Ja, dann warte ich, bis du da ist. Dann beendest du die Folge. Also machst du jetzt keinen Cut. Wie? Und wir machen kurz einen Cut, mir egal. Ja, okay, dann machen wir kurz einen Cut. Und dann finden wir uns gleich wieder in der normalen Welt. Ja, ich geh schon mal rein. Also, bis gleich. Okay, bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und wie gesagt, in der normalen Welt. Und ich kann sprinten. Dö, dö, dö. In der nächsten Hexe. Dann müsst ihr auch auf. Ich war da nicht. Obwohl, das ist doch. Ich hab da halt den gemacht. Redstone. Würde das Gesett? Ich hab noch Zucker gehabt. Ab ihn. Ab ihn, der Skelett. ich habe ihn der zucker also wenn unten ja dann war es wird dann auch okay damit können wir eine gute schaltung aufbauen ja klar zwei stück hier kriegt man ein zeug wieder immer alles ich habe schon ein herrscht jetzt zwei äxte ja da gibt gerne oder kannst du aufräumen weil er muss oder die eine muss ich immer kurz schneller ob da noch mal fähig kann ich außerdem noch mal ein timer stellen erläutern in der packung jetzt verkacken wir die zeit wieder diesmal ist kein wichtig da ja bleibt drin kurz die sporn gleich ich weiß mal kurz das ganze zeug zurück oder ist okay sollen die goldnack jetzt dort lassen zum zitat zu sammeln ja da kann nichts explodieren eigentlich er hat es schon alles kommen mal was rausgeflogen der schweißer ist gerade ein reihe als nächstes da bräuchte macht alles kommen mehr ja gut ist kannst du mir lohnt gleich wieder zurückschmeißen ja er muss die erde zurück die erde ach so ich bin das sind für die das ist das ist ein zombie die einstatt und kleiner aber so aus war nicht wenn ich habe es denn wieder vorgut jubel jubel um um die Union und dann über die 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 ganz ein bisschen kommen mit die die oder wieder was rechtschweizen das Ding ist ein bisschen zu klein die Schweiß dich fast gegenseitig und dann... warte ich der Blech und dann fällt das Zeug auch nicht so schnell runter ja klar, ja ich wollte da sowieso noch ne Mauerbogen bauen ja gar schmerz einfach bis zu den her ich komme sofort warte ich noch kurz was zu essen für mich da hätten wir dann auch eine kleine plattform machen dass da noch mehr sport ja klar das war noch aber die spornheit echt schnell wir haben jetzt schon hier wollen als du gerade gekommen ist als gelegt dringend es ist nicht zu wenig das war ja nur theoretisch so ein Platz zum Laufen ja reicht noch machen wir aber hinten so eine kleine Plattform ja hier komm her das muss eigentlich reichen ja ich habe hier nur ein bisschen Cobblestone Wall das bringe ich hier schmeiß mal dahin dann gehe ich mal zurück ja okay noch nicht spawnen da ist nicht so ein Viech ja ein das ist ja das wenn man ein bisschen Cobblestone aufbauen ja ich glaube wo unsere Kartoffel gewachsen ist die reihe sind wachsen nein die waren nicht voll ausgewachsen aber wir haben auch viel Knochenmehl gell Ja, das kannst du verwenden, dafür. So. Ich schmeiß mal ein bisschen Bauer zurück. Du schaust in die Kiste rein, weil es nur was vergrößert. Okay. Hast du jetzt was zurückgebrochen oder nicht? Okay, gut. Nicht, dass du noch irgendwas einsam hast, habe ich nicht mehr Sport in die. Ja, das ist extrem. Wenn im Ende die Endermann-Diesbaden noch viel extremer. Du kommst hier nicht, doch, ui. Na, 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 na. Die hüpfen voll wild rum, ey. Au. Wir geben ein leckeres Ende. Ja, wenn dir's sowas schmeckt, gern. Goldschwert. So. Was ist? Boah. Das stärk ich da nicht mit dir. Ja, da. Du bist jetzt schuld, gerne. Danke. Noch ein Laget. Jetzt kommen wir in Fahrt. Jo, die haben da gerade keinen Platz. Yo. What? Wow. Das ist schlimm. Wir müssen die Mauer da vorne zwei hoch machen. Warum? Ja, weil die sich gegenseitig da hochschmeißen. Echt? Ja. Die haben sie gerade... Also, nicht über das Holz, das geht, glaube ich, gar nicht, sondern auf die Steinmauer, die sich draufgeschmissen. Wenn die kaputt sind, dann... Alter. Das war knapp. Hey, wir haben schon ein Goldbach. Ne, wie viel brauchen wir von einem Goldbach? Nein. Okay, dann haben wir schon ein Goldbach. Und wie viel Goldbach brauchen wir? Das geht eigentlich voll. Stimmt, wir haben doch da noch mal und ich hab sie extra da gelassen. Ja, ja. Ach, ja. Okay, hab's bisschen verbessert. So, okay. Ja. Okay, die eine Schmeiße hier zurück, die brauchen wir nicht mehr. Ich hab jetzt bei dem Zuckerrohr da, äh, hinter, dahinter, äh, hab ich die drei lange gepflanzt, auf dem Feld ganz hinten, da ist jetzt die Kartoffeln angepflanzt. Okay. Ja, also das geht auch schnell mit den Dienern. Ja, gut, dann kann ich das ja machen. Das ist ja so. Ach, knapp. Ach, du backst euch nicht so scheiße rum hier. Au, mein Leben noch wegen dir. Ach, ich kann mal kurz sagen. Ah, warte ich, weil man weiß, die Kartoffeln auch nicht mehr. Nein. die hallo um so ein bisschen spät dran und es ist so gut er hat gar nichts fehlt den ausmeldet mann steht da hinten komm mal schnell her ja was was steht da hinten auf der mauer kleines ja ich habe nur den kopf gesehen ich habe nämlich nur den kopf gesehen aber das auch wird haben sie noch kommen ist aber egal ja ich habe hier mein meter ja wie viel 2 21 alles ja egal brauchst du das ja aber das reicht nicht warum selber einfach ja und in der trug ist nichts mehr nö ich habe eine Art einfach alles in der damit genommen das war so glatt ich gehe das war doch auch wenn ich nicht in der bin oder ich wollte ja wenn man welche voraus gelaufen kommen wahrscheinlich schon probieren uns aus ich immer wieder nicht wie viel Zeit haben wir doch Prozent Prozent ja weiß nicht so drei die 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 also die Fächer sei er dies fertig gut ja die die kann auch vollkommen dann kann es die Wände ja schon mal machen vielleicht die als in diesem Teil ja auch weiter am Bescheid kommen jetzt reißen Prozent immer aus dem Töte nicht so ins Land Liederlässt das auch ein Tor ja ne der kann ja auf der Plattform direkt beim Portal spornen das sind einfach gleich ergreifen hallo Schneemann hihihi was hier oben ein gespawnt aber guck mal wenn er ins Wasser reingeht dann geht er kaputt ja ich weiß danke dass du es gezeigt hast ja jetzt mach ich ja von unten ein hin das soll dann hochlaufen oh er schneidet ja da muss ein Schneemann echt her hey dann mach ich noch oben hin ich komme nicht zur Tür raus er hat bei mehreren wir auch mit dem Arten bei den Kills schon näher an mir dran wegen nicht zu machen jetzt habe ich das sie sind egal Jan Schneider du kannst Schneeschippen kommen der Oden hat es aber voll viel ja okay so in der Kiste haben wir eigentlich noch die nirgend ich gehe mal kurz mit Nieder okay ich schieb den Schneemann ins Nieder nein der verreckte ich weiß ich will es aber ausprobieren ich dachte schon dass er wieder zwei kleine aber es war nur die äh äh ja der geht gleich schaden echt ich habe gut wo der Bruder wurde schon tot das tun n sie er ist nicht mehr so und das ist ein paar Jahre ein paar hier die 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 Kugel und es nicht in dieser Welt er holen wenn sie noch nicht an die Akku den Klagen dann wird er es sein auch auf anzeugt ich will Lied ich würde sagen ich locker den nächsten holen können die die abweichern erlacht sie können einfach Bogen holen dann kommen die hergerannt oder wir müssen nicht so viel riskieren hallo ich kann nicht rennen ich mache dir zu aber ich die getötet was wenn bei Zombie-Figmen Eltern ein Zeug ist in den Bringen Bogen mit dem Pfeile bitte ja dann müssen wir nicht so nah an die Rande gehen ach so warte mal wie viele Minuten noch wahrscheinlich aus jetzt kann man beenden das ist gerade Jubiläum von dem her darfst du beenden nein ich hab schon letzte Folge beendet aber da war kein Recht das löscht ich wieder das ist was ist Herr Bassler studiert um das aus der letzten Folge dass du das da beendet hast das löscht ich einfach aus auch schade okay ich mache ja noch 2.000 hintermählen ich muss jetzt noch kurz aber noch so komisch hier Rolls doch so jetzt leckt es ja ich habe ja noch ein Nugget geholt wir haben jetzt 16 fast zwei Barren schon gut ich komme noch in die Oberwelt zurück ein Kürbis und zwei davon die anderen ein Bogen hin okay und ich und zwei Pfeile am besten weil ich bin nicht so ein guter Zieler Ziele von was ja im Bogen halt Juri man kann es ja nur ein Wörter mir egal ich weiß also sich abschießen er sagt zwar ja weil du dir auch ein Bogen holen was er könnte machen nein dann hast du aber kein Wochen ok dann gib her beide Dankeschön ja dann kommt nur einer geht euch mal zu gut gut 3 Nagels in Zahmet 2 zwei Waren nach dahinten ob die auf mich auch akkus sind ich glaube alle an okay ja rennt wie ein Dummer wow wow ist doch offen wie sind die schneller wie ich ich lasse nicht schneller als du du musst sprinten ok das war's dann jetzt von dem Jubiläum von der 20. Folge nein und Dominik ist gestorben der perfekte Abschluss wir haben es zwar nicht gesehen aber trotzdem perfekt und ja bis 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 zur 21. Folge danke Dominik fürs mitmachen und gut viel Spaß beim Schauen von den Dichsten danke an Skype danke an Kongo an wen? Kongo 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 hat eigentlich vom Kongo ja ja so gut ja bei dem Video mit Freddy habe ich den auch gebracht achso ja ok da war sie nicht so lange ich habe nochmal drei Nuggets geholt ok alter der Kongo der hat's doch du ja das müsste ja auch mal ich sag also wir haben Risiko gespielt im Nuggets Kongo aber ich erzähle im nächsten Part weiter ok Jo dann ja bis zu in einem nächsten Part von ja also entweder Skyblock oder Slack oder sonst irgendwas ja tschüss Dominik tschüss 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 achso ja ok tschüss 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 tschüss